Hallo, ich bin Emmi, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Mit unseren kleinen Lieblingen durchleben wir viele verschiedene Phasen im Laufe ihres Kleinkind-Daseins. Und irgendwann, meist zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr, kommt auch eine Schimpfwortphase, in der aber nicht nur Worte wie Blödmann dazugehören, sondern leider auch Fäkalwörter wie Scheiße oder Pups-Kackwurst. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der Kleinkind-Pädagogin Leonie Illaus über genau diese Zeit und wie wir Eltern in dieser Phase am besten damit umgehen können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Und heute möchte ich mich mit meiner lieben Kollegin Leonie darüber unterhalten, was machen wir denn eigentlich, wenn Kleinkinder Schimpfwörter benutzen und was können wir als Eltern tun. Und dazu begrüße ich sehr Leonie Illaus. Hallo Leonie. Hallo Emmi. Wir haben ja schon ganz oft einen Podcast zusammen gemacht und für alle Zuhörenden, die vielleicht noch keine Folge davon gehört haben mit dir zusammen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst. Ja, hallo zusammen. Ich bin Leonie. Ich bin Pädagogin und ich arbeite seit 2022 für Barbelli und bin für alle Themen rund um Kindesentwicklung und Kindererziehung zuständig. Ja, und ich freue mich immer sehr, wenn wir beide einen Podcast zusammen machen. Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, was ist denn eigentlich, wenn unsere kleinen Lieblinge mit Schimpfwörtern nach Hause kommen. Wie sollten wir am besten reagieren? Deswegen frage ich mal als erstes, wieso nutzen denn Kleinkinder eigentlich Schimpfwörter? Ja, ich glaube, es ist vorab total wichtig, genau, du hast es gerade schon gesagt, dass wir uns auf Kleinkinder beziehen, also auf Kinder im Alter zwischen eins bis drei Jahren. Und die saugen in dieser Altersklasse natürlich alles, was um sie herum passiert, auf wie ein Schwamm. Und Schimpfwörter sind natürlich besonders spannend. Vor allen Dingen, wenn Kinder wahrnehmen, oh, die Erwachsenen zucken kurz zusammen, wenn sie es vor mir sagen oder halten sich die Hand vor den Mund oder dergleichen, dann ist das natürlich umso spannender. Außerdem hören sich manche Schimpfwörter natürlich auch besonders lustig an, weil sie so selten benutzt werden. Und das spüren Kinder natürlich. Und deswegen beobachten Kinder auch ganz genau, wie sagen die Erwachsenen das eigentlich? Ja, und das kann sowohl in der Freizeit als auch zu Hause oder in der Kita passieren, wenn die Kleinkinder schon eine Kita besuchen. Und dann finden Kleinkinder eben Schimpfwörter sehr interessant und bringen diese dann auch mit nach Hause. Genau, es geht ja im Prinzip auch gar nicht nur um Schimpfwörter, sondern es geht ja auch um die Fäkalsprache und der Beflüche, würde ich fast sagen. Und gerade bei der Fäkalsprache, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, kann ich mich daran erinnern, als meine Kinder auch so um den zweiten Geburtstag, passiert das ja meistens so im Spracherwerb. Und wenn dann dieses Wort Pups kam, was ja auch gerade manchmal mit lustigen Geräuschen verbunden ist, dann haben die sich einfach kringelig gelacht. Dann lagen die auf dem Boden manchmal. Und auch mein Kleiner hat sich nicht mehr eingekriegt. Der hat dann wirklich fünf Minuten lang gelacht und immer wieder auch das Wort wiederholt für sich selbst und musste dann wahrscheinlich innerlich oder in Gedanken an diese Geräusche des Pupses denken und hat sich des Lebens gefreut. Und er hat dann auch irgendwann in dem Alter so ein Pupskissen bekommen. Und das war natürlich dann der Running Gag. Und es ist bis heute auch lustig mit diesem Pupskissen unterwegs. Und dieses Wort Pups, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch mit dem P und dem S. Das Pups, es hört sich ja auch einfach lustig an, ist einfach wirklich ein Wort, wo Kinder, ganz, ganz viele Kinder ständig lachen müssen. Und wie reagiere ich denn jetzt als Elternteil, wenn das Kleinkind gelegentlich Schimpfwörter benutzt? Vielleicht kannst du uns da mal so drei konkrete Tipps geben. Ja, gerne. Also in allererster Linie wäre mein erster Tipp, dass man als Eltern Ruhe bewahrt und sich vor Augen führt, dass nur weil das Kind Schimpfwörter mit nach Hause bringt und diese wiederholt, dass das nicht bedeutet, dass das Teil des Wortschatzes vom Kind bleibt oder dass es diese jetzt regelmäßig wiederholt, sondern dass das Kind einfach die Spannung findet und deswegen benutzt. Das wäre schon mal mein erster Tipp. Und der zweite Tipp wäre, das liegt jetzt natürlich auch daran, was es für ein Schimpfwort ist. Also du hast jetzt gerade Pups genannt oder Kackapups ist in dem Alter ja auch total interessant. Dann hat man vielleicht auch schon mal einen Scheiße gehört von den Eltern oder von wem auch immer und bringt das mit. Also es liegt natürlich jetzt dran, was ist das für ein Schimpfwort? Wenn das ein Schimpfwort ist, was andere Menschen auch verletzen kann und wenn mir irgendwie auffällt, dass mein Kind das dann, wenn es das mitgebracht hat, wiederholt benutzt, dann kann ich, das wäre jetzt mein zweiter Tipp, mit dem Kind auf jeden Fall darüber sprechen, dass Worte auch verletzen können. Und im Kleinkindalter kann das Kind das aufgrund seiner emotionalen Entwicklung noch nicht komplett nachvollziehen, was das bedeutet, wenn ich ein Wort sage, dass das einen anderen Menschen verletzen kann. Aber es ist trotzdem wichtig oder das würde ich trotzdem raten, dass Eltern das Wiederholen und Benennen vor dem Kind das Worte eben auch verletzen können und was Schimpfwörter eben anrichten können. Und dann kommen wir schon zu meinem letzten Tipp. Ich würde dem so wenig Beachtung wie möglich schenken. Also bei dem Wort Pups jetzt zum Beispiel, es ist genau, vor allen Dingen, wenn das Kind sich darüber kaputt lacht, ist das ja eigentlich auch ein Teil des Humors, der dann irgendwie in der Familie gelebt werden darf. Aber wenn das wirklich ein Wort ist, was mich total als Elternteil ärgert, dann würde ich dem einfach wenig Beachtung schenken und da auch gar nicht so viel Gewichtung reinlegen, weil das ist ein Wort wie jedes andere, was das Kind irgendwie aufgesaugt hat und dann eben mitbringt. Und was es jetzt erst mal erlernen muss und natürlich auch, was ja immer ganz spannend ist, sind die Reaktionen der Erwachsenen. Wie reagieren die denn eigentlich? Und ich glaube, umso mehr wir uns ärgern, wenn Kinder gerade mit Fäkalsprache ankommen, umso mehr benutzen die Kinder diese Sprache. Also müssen wir uns, das hattest du schon gesagt, das war dein erster Tipp, einfach ein bisschen Ruhe bewahren und wie du auch gesagt hast, das an manchen Stellen einfach ignorieren. Und was mache ich denn, wenn mein Kind ganz oft Schimpfwörter benutzt und auch gegenüber anderen Menschen? Also du hattest es gerade schon angesprochen, wenn du es dann zum Beispiel sagst, ach, ich möchte es gar nicht so richtig aussprechen, aber dualoch. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. Genau, also wenn das Kind dualoch sagt und das zum Beispiel zu anderen Erwachsenen oder Kindern sagt, dann würde ich auf jeden Fall Eltern empfehlen, sich mit dem Kind hinzusetzen und nochmal ins Gespräch zu gehen. Was können Schimpfwörter auslösen bei anderen Menschen und was bedeutet das, wenn ich jemanden so anspreche? Was kann das beim Gegenüber auslösen? Und da hilft es manchmal, dem Kind zu sagen, guck mal, wenn ich jetzt das zu dir sagen würde, wie würdest du dich fühlen? Und ich gebe hier immer noch zu bedenken, die emotionale Entwicklung von kleinen Kindern von einem bis drei Jahren ist immer noch im Aufbau. Das heißt, man darf, glaube ich, als Eltern nicht die Erwartung haben, dass das Kind komplett nachvollziehen kann, was damit gemeint ist, weil die Empathiefähigkeit sich eben noch aufbaut. Aber trotzdem finde ich es wichtig, das schon mal zu benennen und das schon mal auch einzubringen in das Gespräch. Und jedes Kind ist auch anders. Es gibt natürlich auch Kinder, die können das schon nachvollziehen oder die bringen eine hohe Sensibilität mit und sind in ihrer emotionalen Entwicklung dann schon so weit ausgereift, dass sie verstehen können, ah, das Wort verletzt meinen Freund oder wie auch immer. Also insofern das Gespräch zu suchen, würde ich immer empfehlen. Und als zweiten Schritt dann zu hinterfragen, wie gehe ich selbst damit um? Also rutscht mir vielleicht hier und da auch selber mal ein A-Loch raus und in welchen Situationen sage ich das vielleicht unbewusst vor meinem Kind, ohne dass mir das auffällt? Oder wenn ich mit meinem Partner rede und mein Kind hört das zufällig mit? Also wie gehe ich eigentlich selbst mit Schimpfwörtern und Fäkalsprache um? Und habe ich da überhaupt eine Meinung zu? Oder genau, das würde ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben. Und wenn das Kind jetzt nur noch mit dem Wort A-Loch um sich wirft, würde ich auf jeden Fall, wenn das Kind auch eine Kita besucht, die Kita mit einbeziehen und da mit dem Fachpersonal drüber sprechen. Da kann man auch mit Büchern arbeiten und auch im Kindergarten nochmal das Thema ansprechen mit allen Kindern, sodass man auch auf anderem Wege das Gespräch und das Verständnis des Kindes eben anregen kann. Und mein Geheimtipp, wenn das Kind eben sehr gerne mit Schimpfwörtern um sich wirft, kann man stattdessen sich mit dem Kind Quatschwörter überlegen. Also anstatt das Wort A-Loch zu benutzen, kann man zum Beispiel kreativ werden mit dem Kind und überlegen, boah, was sind denn richtig lustige Wörter, die sich total lustig anhören, wenn wir die sagen und wenn wir die so ausrufen, wie zum Beispiel Quatschbanane oder Pupswurst und die auch besonders keinen Menschen verletzen. Das gebe ich als letzten Tipp mit. Das macht besonders viel Spaß und da kann man auch richtig kreativ werden als Eltern und Kind. Ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Und die Kinder sind wirklich kreativ. Also da gibt es ja dann auch so Wörter wie Müffelpups. Der Kreativität sind in diesem Fall keine Grenzen gesetzt. Und wir Erwachsenen kanalisieren ja auch Wund und Ärger oft über die Sprache. Das ist schlichtweg ganz menschlich. Du hast es aber auch nochmal gesagt, es ist ganz wichtig, auch in diesem Fall als Vorbild zu fungieren. Und wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, da wollte ich noch ein kleines Beispiel bringen, weil meine verbalen Entgleisungen im Auto, beim Autofahren, waren schon, ja, grenzwertig, würde ich sagen. Bis dann meine Kinder hinten drin saßen oder zumindest erstmal schon meine Tochter und sie dann manchmal Dinge nachgesagt hat. Und dann habe ich es mir an den Kopf gefasst und habe gedacht, oh mein Gott, das kannst du nicht sagen. Und seitdem ist es halt etwas, wie soll ich sagen, etwas dezenter. Ich fluche etwas dezenter und sage dann, Mensch, Mäuschen, findest du dein Gaspedal nicht? Und die Kinder sind ganz süß dabei dann hinten und sagen dann auch manchmal Sachen wie, Mama, ich glaube, das Mäuschen da vorne findet ihren Gaspedal wieder nicht. Und das ist halt einfach ganz süß, weil die das natürlich nachsprechen und nachahmen. Und deswegen ist es da wirklich nochmal ganz wichtig, auch zu gucken, was ist uns wichtig, wenn wir das große Wort mit sch benutzen, dann müssen wir damit rechnen, dass unsere Kinder das auch machen. Es kommt halt immer darauf an, in welchem Zusammenhang. Wenn wir sagen, wir können das ja auch zum Beispiel lokalisieren, wir können auch sagen, wir benutzen dieses Wort nur zu Hause. Das können Kinder eigentlich auch ganz gut differenzieren. Dann kann man das zu Hause auch machen, weiß aber, wenn wir draußen sind oder auch in der Kita oder Schule oder wo auch immer, wird das Wort nicht benutzt oder man versucht sich einfach dann zurückzuhalten. So ist es bei mir zumindest auch. Wir hatten das ja schon besprochen. Ich sage das relativ häufig zu Hause. Was heißt häufig? Aber einfach, wenn es so Momente gibt, in denen ich verzweifelt bin oder in denen einfach irgendwas nicht so geklappt hat, wie ich es gerade wollte, dann sage ich auch mal ganz laut Scheiße. Und es geht mir danach besser. Ich fühle mich besser. Es ist einmal rausgeplatzt aus mir und die Luft ist raus, die Wut ist ein bisschen raus und mir geht es besser. Draußen in der Welt versuche ich das natürlich nicht zu machen und kann mich da auch ganz gut kontrollieren. Aber ich bin halt auch ein Erwachsener. Das müssen Kinder natürlich erst noch lernen. So, hast du denn eigentlich noch Tipps, die du Eltern mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe noch drei Buchtipps dabei, die das Thema Schimpfwörter besprechen. Die sind eher für ältere Kinder im Vorschulbereich gedacht. Also die kann man sich auch schon mal besorgen und später dann einsetzen fürs Vorlesen. Aber ein Buch ist dabei. Das ist das Buch Blöde, Ziege, Dumme, Gans von Isabel Abedi und Silvio Neuendorf. Das würde ich auch schon für Kinder ab zwei Jahren empfehlen. Da geht es ganz viel auch um das Thema Streiten und wie schimpfe ich, wenn wir einen Streit haben. Und das eignet sich hervorragend, wie du gerade auch gesagt hast, für das Vorleben, wie man mit Gefühlen oder mit Streits oder mit schweren Gefühlen umgehen kann. Und die Entwicklung, diese emotionale Entwicklung, wie gehe ich mit Konflikten um, die befindet sich im Alter von eins bis drei Jahren ja noch im Aufbau. Deswegen ist dieses Buch hervorragend für diese Altersstufe geeignet. Und für Kinder ab so drei bis vier Jahren empfehle ich einmal das Bilderbuch Scheiße sagt man nicht von Daniela Kulo. Da gibt es eine Besserwisser-Maus, die genau Bescheid weiß, welche Wörter man sagt und welche nicht. Das ist total süß und kann man sich immer wieder angucken und empfehle ich sehr für dieses Thema. Und dann das Buch Das große Schimpfen, das ist empfohlen für Kinder ab vier Jahren. Da in diesem Buch, in der Geschichte, findet nämlich ein Schimpfwortwettbewerb statt in Schimpfhausen, aber ohne fiese Wörter zu benutzen. Das finde ich besonders cool. Und ja, der Autor dieses Buches ist Michael Escoffier, die Illustratorin Christi Giacomo und Bettina Bach hat das Ganze ins Deutsche übersetzt. kann ich alle drei Bücher sehr empfehlen, wenn man das Thema nochmal im Bücherregal haben und mit seinem Kind auf spielerische Art und Weise ansprechen möchte. Ja, das sind auf jeden Fall nochmal ganz gute Buchtipps, die wir auch alle drei nochmal in den Shownotes verlinken. Ja, dann hoffe ich, dass wir euch, liebe Eltern, etwas mitgeben konnten heute und ihr jetzt ein bisschen beruhigter seid. Und wir können auch sagen, diese Phase geht vorbei, wie alle Phasen bei den Kindern. Auch diese geht vorbei und es wird vielleicht gar nicht, die Phase dauert eigentlich meistens gar nicht so lang, die Schimpfwörterphase, aber die ist natürlich für Kinder unheimlich spannend. Ja. Deswegen bewahrt Ruhe und ich danke dir, Leonie, erstmal sehr für das heutige Gespräch und dann freue ich mich auf unseren nächsten Podcast. Ja, danke dir auch. Ich freue mich auch schon. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema, wenn Kleinkinder Schimpfwörter benutzen und uns bleibt hier gar nicht so viel übrig, als Ruhe zu bewahren und uns selbst immer wieder auch bewusst zu machen. Kinder meinen das nicht böse und testen sich in dieser Phase mit der Sprache aus und deshalb ist es wahrscheinlich auch so wichtig, mit dem Kind ins Gespräch zu gehen und zu erklären, warum Worte andere Menschen verletzen können. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.